Eine gesunde Beziehung basiert auf Ehrlichkeit und klarer Kommunikation. Deshalb ist es wichtig, von Anfang an mit offenen Karten zu spielen. Diese vier Dinge solltet ihr als Paar voneinander wissen. Erstens, Kindheitstraumata. Unsere Kindheit hat einen großen Einfluss auf unseren Werdegang. Auch unser Liebesleben kann davon beeinflusst werden. Zweitens, Sprachen der Liebe. Insgesamt gibt es fünf Sprachen der Liebe, die deines Partners oder deiner Partnerin solltest du kennen. Drittens, innere Welt. In einer Beziehung ist es wichtig, auch die innersten Gedanken miteinander zu teilen, damit man sich auf der gleichen Wellenlänge begegnet. Viertens, sexuelle Vorlieben. Besonders hier sind klare Kommunikation und Ehrlichkeit von Vorteil. Fünftens, Träume, Wünsche und Zukunftspläne. Wenn ihr eine gemeinsame Zukunft plant, solltet ihr vorher einmal eure Wünsche und Träume miteinander teilen.